Sich lasern lassen, um jünger auszusehen, mach ich nicht. Mein Laser kommt aus diesem Tiegel. Revitalift Laser X3 von L'Oreal Paris. Getestet gegen eine Laser-Session. Durch 3% Proxylan dreifach tiefenwirksame Anti-Age-Kraft. Erstens mildert Falten. Zweitens mehr Hautdichte. Drittens straffe Konturen. Ich kann es sehen und spüren. Revitalift Laser X3 von L'Oreal. Der Laser aus dem Tiegel. 86% der Frauen sind überzeugt. Jünger aussehen? Wir haben es in der Hand, weil wir es uns wert sind. Wir haben es in der Hand, weil wir es uns wert sind.